herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal ich bin der jakob und heute gucken wir uns gemeinsam den ersten patch zu stalker 2 art of jordobil an leute bevor wir loslegen ganz ganz wichtig der hinweis in eigener sache wenn ihr nichts mehr zum thema stalker verpassen wollt sei es geiz news patches streams und 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 dann ist jetzt der richtige moment diesen kanal zu abonnieren würde mich sehr freuen und wenn ihr schon dabei sein leute lasst uns den algorithmus pushen gerne netten kommentar schreiben und daumen nach oben da lassen mit dem aus dem weg können wir direkt anfangen mit den stalker news leute gleich mal vorweg ich habe die steam seite der patch nutzt mit google auf deutsch übersetzt das heißt wenn es manchmal ein bisschen holprig rüber kommt liegt das am übersetzer also gut leute wir haben den patch 1.0.1 und es geht los achtung stalker vielen dank für eure leidenschaft und unterstützung seit der veröffentlichung seit der veröffentlichung das ist uns wirklich wichtig patch 1.0.1 ist sowohl auf dem pc als auch auf xbox verfügbar wichtig leute gleich mal vorweg die frage die die direkt auch im stream heute schon gekommen ist ob der patch auch auf xbox verfügbar ist ja ist dies ist unser erster fix patch der über 650 verschiedene fehler und probleme behebt hier die liste der wichtigsten updates für das spiel ist es viel oder das ist ja richtig viel da werden wir uns jetzt durchgraben leute ich hoffe ihr habt einen moment zeit gleich mal die wichtigsten sachen leute die ich finde kai korrekturen es wurde behoben dass npc gruppen während einer aktiven emission in der nähe von schelter stecken bleiben und starben probleme wurden probleme behoben bei dem bura missions gegenstände aus händen des spielers fallen lassen konnte okay das konnte ich das kannte ich noch nicht fehlende sound effekte für buras fähigkeit telekinese hinzugefügt geil probleme behoben bei denen npcs gelegentlich stecken blieben und den missionsort nicht erreichten dies könnte dazu geführt haben dass aufgrund des lehrlaufverhaltens des missions npcs keine interaktion mit npcs oder kein fortschritt zum nächsten missionsabschnitt möglich war interessant habe ich ich habe das tatsächlich auch bei mir in rostock steckt ist eine tür nicht begehbar weil drei npcs drinnen stecken probleme mit leistungseinbrüchen potenziellen abstürzen aufgrund von unzureichenden arbeitsspeichern habt das ist der memory league leute probleme mit potenziellen leistungs ein probleme behoben bei denen npcs nach dem tod die a pose wechseln oder zu fliegen begannen das problem wurde behoben bei dem npcs nicht verfolgen konnten ob ein ziel in deckung voll schüssen geschützt war was so führt dass sie in die deckung schossen war das ist mir auch schon passiert aber ich muss sagen ich habe auch über 100 stunden leute ich glaube ich habe so gut wie alles schon erlebt und mehr als 20 weitere verschiedene verschiedene probleme mit kai okay das heißt schon mal a life an sich ist nicht gefixt aber die schlimmeren sachen würde ich mal sagen ob wir müssen uns anschauen weil das mit den spawns und so werden wir im stream testen leute also noch mal der hinweis leute wenn ihr dabei seid ich stream täglich zehn bis zwölf stunden stalker also gerne kanal abonnieren damit ihr auch im stream dabei sein könnt optimierungskorrekturen problem mit unsichtbaren npcs mutanten behoben die im sichtfeld erschienen während der spieler zielte visuelle feuer effekte behoben bei bestimmten kamerawinkeln die nicht gerendert wurden außerdem haben wir ungefähr 100 verschiedene abstütze dazu zu potenzielle spieler lex und exception access violation probleme audio und sound fehler behebungen probleme behoben bei dem die kampfmusik noch abgespielt wurde während der kampf beendet war und sieben weitere kleine audio und sound fehler balancing anpassungen jetzt wird es auch wieder interessant die reparatur kost für waffen und rüstungen werden gesenkt deutlich erhöhte kosten für artefakte höhere einnahmen durch verkauf deutlich erhöhte kosten okay die geldbelohnung für die meisten missionen wird von zwei auf drei mal erhöht rüstungen und waffen buffs für anfänger der schaden durch mutanten wird im anfänger schwierigkeits moderat vorher weitere änderungen der gesundheits balance der mutanten im abschnitt kampf balance der schaden an der waffe des spielers wird im anfänger schwierigkeits um 23 prozent reduziert die haltbarkeit und banzung wird um 12,5 prozent erhöht schalldämpfer aufsatz für ptm zu speziellen versteck in lesser sohn hinzugefügt feste verkaufspreise für exoskelette ihr verkauft jetzt teurer fester verkaufspreis für verbesserte waffen herkules verbrauchsgegenstand neu ausbalanciert geschwind geschwindigkeits debuff des spielers entfernt effektparameter erhöht jetzt kann der spieler nach dem verbrauch mehr gewicht tragen geil hört sich schon mal sehr nice an einige zusätzliche kleinere backfits kampf balance der das gewicht einer mission das gewicht einiger missionsgegenstände wurde reduziert einschicht das gewicht der scanner der schaden des blutsaugers wurde leicht neu ausbalanciert der schlag der schlagschutz rang des blutsaugers wurde verringert mehr schaden durch schusswaffen reduzierte hp regeneration von platzsackern aushalt des kampfes die controller ps werden moderat reduziert die brenner ps wird moderat reduziert die hp des wildstands wurde moderat reduziert fleisch hp sind moderat reduziert der schaden dem bohr durch köpfschüsse allein wird auf 100 prozent des körperschadens geändert der schaden dem bohr durch schüsse auf die gliedmassen wird erhöht der fleischschaden der durch schüsse auf gliedmassen wird erhöht deutlich erhöhte nahkampfdistanz der war für nahkampfdistanz mit messern leicht erhöht gamepad eingabe erhöht deadzone erhöht okay das war ein riesenthema bei den bei den konsolen die deadzone des controllers die wurde jetzt erhöht okay sehr schön zeichen augen und zähne bei npcs modellen repariert einige kleine korrekturen am pc modellen und animationen zwischen sequenzen in der letzten zwischen sequenz wurde den fehl wurde wurde den fehler bildschirmen fehlende filmmaterial hinzugefügt probleme mit hirsch animationen in der eröffnungsszene behoben und 20 weitere verschiedene fehler in den zwischen sequenzen spieleinstellungen und menüs unleserlicher text und shader kommt kommt kompilierungs bildschirm angepasst probleme behoben bei dem die option nvidia reflex low latency benachfolgung spiel statt nicht gespeichert und zehn weitere kleine probleme interaktive objekte physikprobleme mit zerstörbaren und beweglichen objekten einschließlich derer die in der luft schwebend behoben interaktions aufforderung mit glastüren im inno von circa behoben die den durchgang blockierten fehlende innen innen türen im x11 laboraufzug behoben und weitere kleine fehler jetzt ist interessant haupt und nebenmissionen zahlreiche missionsblocker und fehler wurden behoben unter bestimmten bedingungen auftraten zu denen die wichtigsten fehlerbehebungen gehören fehlende interaktion mit toten blinden hunden in in der jagdmission nicht erfüllbare ziele behoben in suchet und ihr werdet finden missionen behebung mehrer probleme beim hin und zurückreißen darunter eine bei der das artefakt nicht gefunden werden dialogschleife mit sotow während einer dem heuhaufen mission behobene fortschritts locker in antworten haben preis im einschicht probleme banditen nach einer emission und dem fehlen ein des heavy key gegenstands korrigierte missionsmarkierung für mpc standorte in heiß auf der spur mission behebungen von problemen mit türen im mission auf der suche nach dem höher der neben job missionen probleme behoben bei denen bei dem die zwischen sequenz während der wie in guten alten zeiten missionen probleme behoben bei denen lodoschka in quiets lager während des wie in guten alten zeiten missionen ok lodoschka hört sich schon mal gut an ein problem wurde behoben während 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 wie in guten alten zeiten lodoschka aggressiv reagierte ok interessant es ist nur möglich den strom im überfluteten gebiet während der bis zum letzten blutstropfen mission mit strom wahrscheinlich abzudrehen behebungen mehrer probleme im am rande mission einschließlich inaktiver npcs feststeckender türen und das mono live angriffsverlauf behobene fortschritts blocker in der ein kleiner zwischenfall mission einschließlich probleme mit bei uns halsband und verschlossenen türen behebungen von leistungseinbrüchen und verwirrenden zielen auf der suche nach vergangenen rum mission behobene probleme in der visionen der wahrheit mission einschließlich feststeckender npcs und blockierten fortschritt nach dialog feststeckende zwischen sequenz und blockierter fortschritt dem gefährliche besucher grace letzte jagd und das ewige leuchten missionen korrigierte spawnwarten für npcs und feinde die grenze und flucht aus den käfig missionen optimierte missionen wie unten budemo ein großer erfolg probleme okay und weit und ungefähr 120 weitere ausgaben innerhalb der haupte mission begegnungen wichtig wäre ich habe das problem ich habe das problem dass dass sie dort oder der zum beispiel die der barmann möchte dass ich ihm eine quest abgeben bzw zu ihm zurückkehre ich habe das aber schon gemacht und das wurde nicht dass das er möchte dass ich zu ihm gehe aber er hat keine keine dialog option somit kann ich keine neue quest annehmen das heißt ich kann keine wiederholbaren beim barmann machen und das ziemlich kacke das wäre geil wenn das auch gepatcht wäre gut nächster punkt open world erlebnis das problem mit gestreckten oder fehlenden gliedmassen homoiden leichten wird behoben viele schnellreiserouten behoben einsicht zum betonwerk und todstuhl probleme mit lautsprechern schnellreisen npc interaktion an verschiedenen orten wie etwa wissenschaftslappunkler und chemiefabrik behoben das verhalten feindliche npcs während der arena mission wurde angepasst einschläßig der taktiken der banditen und erhöhte munition für den kampf gegen die tyrannen korrigiert der missionsverlauf in missionen schwarzes scharf und der schlüssel zur freiheit ungefähr 50 weitere probleme spieler anleitung ausrüstung und waffen ein fehler wurde behoben der es ermöglichte gegenstände für mehr geld an den händler zu verkaufen als sie tatsächlich kosten probleme mit der eingabe blockierung beim pda inventar anhänger interaktionen mit artefakt korrigiertes taschenlampen verhalten nach dem speichern und laden probleme mit der auswahl des granatentyps überlappungen von kompass markierungen und fehlen missions markierungen behoben inkonsistenz bei den effekten von waffen rüstungen upgrades behoben darunter preisgestaltung und upgrade umkehrungen verbessert hat verhalten und verlängerte dauer der point of no return hinweise während der mission down below ein fehler wurde behoben bei dem spieler missionsgegenstände über das gamepad verkaufen konnten und ungefähr 50 weitere anomalien voiceover und gesichtsanimationen fehlende gesichtsanimationen für saver in der mission hot on the trail und mugwort in der mission the eternal shining wiederhergestellt fehlende sprachzeilen während der mission niemand unzufrieden gehen lassen behoben die effekte von funksprüchen wurden korrigiert so dass die stimmen der npc distanz während der kommunikation richtig widerspielen und noch ein paar weitere dinge wurden behoben welt plackernde texturen an verschiedenen orten behoben darunter in der kugel der militärpreise chemie geil das ist wichtig das ist so nervig in der chemie anlage bewegungsprobleme wurden behoben darunter das feststecken an bestimmten orten werden missionen once more unto the branch and the thoth awakening in einigen bereichen wurden die spawn punkte der artefakte korrigiert das verhalten von npcs während begegnungen wurde behoben sprach die sprach lautstärke bei sturmwetter wurde für eine bessere auto audio balance angepasst und 50 weitere fehler wir arbeiten am spiel und an zukünftigen patches gehen weiter wir arbeiten daran die a live bugs zu beheben die zukünftigen patches behandeln werden bitte teilt uns weiter in euer feedback eure meinungen sozialen medien mit wir lesen und kommentare und notieren dinge die wir in zukünftigen updates verbessern können wenn sie auf weitere anomalien stoßen die nicht in der zone sein sollten melden sie sich unseren technischen support ob dadurch können wir ihnen speziell veruntersuchung korrektur implementieren fast ich verlinke euch den titel in der video beschreibung leute jetzt ist wichtig was sagt ihr zu dem patch was sagt ihr zum update seid ihr zufrieden sagte er me sagte voll geil so cool ich bin es cool dass so viel behoben wurde wir werden das jetzt auf herz und nieren im stream testen ob das auch funktioniert wenn ihr dabei sein wollt wenn wir das testen jetzt kanal abonnieren glocke aktiviert und leute wenn ihr mehr stalker content sehen wollt dann helft mir schreiben netten kommentar lassen daumen nach oben schreibt rein ob was ihr gerne gefixt haben wollt und vor allem was ihr über einen patch denkt danke fürs zusehen wir sehen uns im nächsten stream im nächsten video oder in der zone bis bald